It's time to change your energy to change the world. Achtung, das, was ich jetzt sage, kann jetzt echt Widerstand bei dir auslösen, aber Energie funktioniert nun mal so, ob es dir gefällt oder nicht. Es geht nur um dich allein. Kein Geklümmel, kein Brotherhood, nix Sisterhood, nix Solidarität, nix zusammen sind wir stark und kämpfen. Das sind alles Parolen der Abhängigkeit. So wirst du gesteuert, so wirst du manipuliert. Erst geht es um dich, erst du. Du bist es, du kannst alles steuern. Du musst groß werden in deiner Energie, du musst führen, denn du ziehst alles an. Du musst dominieren in deiner Energie. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und du kannst es nicht brechen. Du bist Schöpfer deiner manifestierten Welt. Du bist der Schöpfer dessen, was sich im Außen zeigt, ob du es willst oder nicht. Du kannst es dir nicht erlauben, dass dich eine Energie runterzieht. Du kannst es nicht erlauben, dass etwas anderes dominiert als das, was du gerne hättest. Du kreierst, was du willst. Und nur du allein. Und wenn du dich doch noch irgendwo reinziehen lässt, in irgendwas, was du nicht willst, dann fühlt es sich an, als seist du gefangen. Zack, geht die Türe zu und du hast das Gefühl, du kommst nicht mehr raus. Jeder für sich allein ist der Fahrer seines Erdenvehikels. Du steuerst, du gibst die Richtung vor. Du alleine. Maximal bist du umgeben von Gleichgesinnten, die du aber wiederum anziehst. Suck it up. Verändere dich. Du führst ins Licht. Du führst in die Leichtigkeit. Du bist der oder diejenige, die in die Freiheit führt. Du führst in die Bedingungslosigkeit. Du führst in die Göttlichkeit. Denn das ist die Liebe, die du suchst. Sie ist in dir, bei dir, durch dich, von dir, mit dir. You go now. Wie kann ich dir helfen? Ich bin die Augen deiner Seele. Ich kann deinen Weg für dich sehen. Bis dein Ego weiß, wie es göttlich ist und mit dir steht und geht. Am 1.12. starten wir 14 Tage lang Magic Mindset Integration. Wir verbinden jeden Tag ein bisschen mehr dein Ego mit deiner Seele. Tägliche Coachings, Übungen, Meditationen, Divine Healings, Transformation und Seelenverkörperung, Divine Mind Embodiment, meine ich damit, in einer exklusiven Facebook-Gruppe. Es ist für alle, egal wie weit du bist mit deiner Bewusstseinsarbeit. Denn es ist immer nur jetzt. Und es ist immer nur du. Du bist es. Und jeder Energiecontainer, der voll ist mit Divine Energie, stellt dich ein bisschen mehr aus deinen weltlichen, verlogenen Beschränkungen raus. Let's go. Let's break free. Let's change the world. Du, nur du allein kannst alles verändern. Komm mit, sei dabei. Wir tunen uns 14 Tage täglich neu ein. Wir verankern uns. Wir verbinden uns ganz fest mit der Liebe unseres Lebens. In uns. Also, melde dich an. Ich freue mich riesig auf dich. Vielen Dank.